Wo war der Sieg hier? Oh, Pool! La, 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 la! Ah! Kein Wasser! Mami, Mami! Ich will schwimmen! Tut mir leid, ich hab eine Menge Arbeit! Ah! Das ist für dich! Spiel einfach! Dankeschön! Tschüss! Ah! Oh, wow! Run! Ah! Was ist passiert? Ich brauche neues Spielzeug! Hm, oh je! Das hier ist für dich! Vielen Dank! Tschüss! Oh! Ah! Das hier ist für dich! Mami, Mami, ein großer Hai hat mein Spielzeug geklaut. Aha, ein Hai hat dein Spielzeug geklaut? Ja. Oh, oje, oje. Keine Sorge, ich habe eine bessere Idee. Danke, Mami. Gern geschehen, mein Schatz. Tada. Ein Dinosaurier. 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 Mami, 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 Mami. Was ist passiert, mein Schatz? Sie haben mir mein Spielzeug weggenommen. Oh, keine Sorge, mein Schatz. Ich helfe dir, los geht's. Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist nicht erlaubt, unser Spielzeug ohne Erlaubnis zu nehmen. Tut mir leid. Schon gut, danke schön. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Aha. Entschuldigung. Bitte gib unsere Spielsachen. Okay. Tschüss, auf Wiedersehen. Oh, okay. Los geht's. Ich habe sie gefunden. Nimm Christians Spielzeug nicht einfach ohne seine Erlaubnis. Aha. Entschuldigung. Machen wir doch eine wunderbare Party. Tada. Ich werde dich fangen. Aha. Tada. Bitte fragt erst um Erlaubnis, bevor ihr Spielzeug anderer Leute nehmt. Ja? Tschüss. Hey. Hey, Chris. Uh. Es ist zu heiß heute. Willst du ein Eis? Ja, natürlich. Los geht's. Lass uns ein Eis machen. Ja. Gelb. Cool. Wassermelone. Ha. Oh ja. Okay. Warte. Fertig. Los geht's. Wo ist das Eis? Oh, danke. Oh, Erdbeere. Ich mag Eis. Ah. Oh la la. Gibt's Nudeln? Gibt's Nudeln? Oh, danke. Oh, danke. Komm schon schneller. Oh. Okay. Käse. Ta-da! Fertig! Oh, danke, Chris! Ah! Okay! Lecker! Willst du Kaffee? Oh, Niki, das ist eine gute Idee! Okay, Mama! Danke! Chris, ich brauche Kaffee! Okay! Milch! Okay! Der Kaffee ist fertig! Milch! Ah! Milch! Kaffee? Danke, mein Schatz! Ah! Danke! Schokolade! Mh! Mh! Wow! Lecker! Hey, stopp! What? Oh! Oh! Okay, lass uns einen Obstsalat machen! Ja! Ja! Los geht's! Ich zeige dir, wie man einen Obstsalat macht! Du brauchst Äpfel! Und für dich? Stopp! Nicht abbeißen! Lass uns die Erdbeere und die Mango dazugeben! Hi, Chris! Magst du Bananen? Hallo! Hallo! Und Wassermelone! Äpfel, Mango, Erdbeere, Wassermelone! Äpfel, Mango, Erdbeere, Wassermelone! Und Christian! Tada! Das ist für dich und für dich! Ich mag Obstsalat! Ich auch! Ich auch! Ich mag es in... Äpfel, Vielen Dank.